Was geht Leute? Mein Name ist Lothar Danny Willkommen back Willkommen back zu Happy We- Wie alle wisst Wie alle wisst, Steven hat One Direction verlassen Und ich hab da ein Video geguckt, wo sein Mädchen geweint hat Kann ich vollkommen nachvollziehen Aber lasst uns Happy We- Was geht Leute? Mein Name ist Lothar Danny Willkommen back zu einem neuten Video Gerade hab ich ein Video auf YouTube gesehen Da hat ein Mädchen geweint, weil Steven One Direction verlassen hat Und sie hat geweint Keine Ahnung, wieso sie so geweint hat Aber ich kann es nachvollziehen Das ist sehr, sehr schlimm bestimmt für sie Armes Mädchen, es tut mir so leid Heute spielen wir die Besten dieses Tages Also lasst uns loslegen Drone Ball Wow, das sieht cool aus Ich werfe einfach mal irgendwo hin Three Balls Schaut euch mal diese Bälle an, die sind episch Ich mag es immer, wenn die Yeah Jimmy Das ist cool Ich liebe den Grafik Stil Und Jimmy hat alles gesehen Ich bin so stolz auf mich Wow, Jesus Das war Foul Dies Level nennt sich Das ist gar nicht möglich Slow Mo Soccer Komm, lass uns bumsen Jack und Frederico, holy shit Ey Wie hab ich das geschafft, bitte? Kann mir das jemand erklären? Okay Man, ich will ihn fangen Oh mein Gott Das geht gar nicht Man kann ihn gar nicht fallen Blast mir ein Jack, blast mir ein Blast Frederico ein Oh mein Gott Frederico ist gefallen Definitiv Bestes Level ever Man konnte den Ball, ich glaube, gar nicht halten Das ging, glaube ich, gar nicht Create your stick, man Ich liebe diese Level Okay, was nehmen wir? Ich will auch was Abgefahrenes Nämlich immer dasselbe Nice Und was ist das? Ich glaube, das ist die Penisform Mein Penis ist spitz Mein Penis ist ein bad-asser, spitzer Penis Okay Das ist der Mund Was ist heute eigentlich mit diesen Strichzeichnungen los? Wieso gibt es heute so viele Strichzeichnungen? Das verstehe ich nicht Ich will, dass mein Schmeili lächelt Mein Schmeili ist glücklich Wie immer Wait Ich werde so lange warten wie möglich Ah, haben wir meinen Stick, man Das ist nur eine Demo Yey Bester Jump ever Die Plattform Sieht anders aus Das ist episch Obwohl, es ist wirklich dasselbe wie die rote Plattform Ich denke eher weniger Escape the Box Oh nein Okay, Frederico Oh yeah Schlag dagegen Oh, alles bestens Das war easy Easy Nix für den bad-ass King Oh yeah Mr. Jump ever Man, wie geht's dir heute? Ich liebe Pogo Fight level Ich mag dich Ich weiß nicht wieso Yey Oh yeah Das geschieht dir recht, Olaf Du Sack Ich sag euch, wer ein Boss ist Oh Oh was? Ich bin noch gestorben Komm her, Olaf Oh fuck Ich will dir zeigen, wer der Boss ist Gott, wie ich Olaf nicht leiden kann Er denkt Oh man Er denkt, er kann sich mit seinem Alter alles erlauben Aber nein, kann er nicht Ich bin der Boss Er will Doggy, er will Doggy genommen werden Ist ziemlich bewährleistet Oder für dich Was? In meinem Arschloch alles bestens Oh ja, geil Ich liebe es, etwas in meinem Arschloch zu bekommen Wow Oh mein Gott Dieser Oh yeah Habt ihr das gesehen? Geh weg Du Frederico, was tust du da? Er will an meinem Oh mein Gott Er ist Zusatzgewicht Ah Gott Frederico, ohne dich Ah Frederico Hör auf damit Er will Ah Frederico, das ist bewährst Der will an meinem Arschloch lecken Frederico, Mann Hör auf damit Man Er pisst mich so an Verpisst dich Oh Gott Ich geb nicht auf Er hat mich besiegt Er hat Mr. Jumperman besiegt Das habt ihr alle gesehen Und jetzt Ja Was? Ich hab hier nicht seinen Genick gebrochen Wie nicht? Oh Nein Ah, Mr. Jumperman Rip in Peace Das kann nicht wahr Dieses Level Oh, ich dachte schon Das fällt auf mich Jump Nice Nichts Arschloch Heute mal nicht Außerweise mal nicht Oh nein Oh Okay Er will nicht loslassen Oh mein Gott Das müsste es am Moment In der Zukunft Oh yeah Wir haben uns befreit Nein Dieses Level Frederico ist zu mächtig Und Ich springe von hier Ja Oh yeah Wir haben Frederico überwunden Oh Jimmy Jimmy ist gefährlich Jimmy ist ein Massenmörder Frau Percalto Oh yeah Wir haben ihn gegeben Oh yeah Das war so nice Oh Ivi Ivi hat mir das nicht aus Nein Nein Dieses Level Oh Was Achso ich darf Ich muss gar nichts machen Kann das sein Das Level nennt sich nämlich Heart Donation Ich spende mein Herz Also wenn man so Okay Wenn man so ein Herz spendet Habe ich keine Ahnung mehr Vom Leben Schaut euch das mal an Ich bin ein guter Mensch Ich bin ein Herzspender Ich habe mein Leben Dafür geopfert Damit eine Person Vielleicht weiterleben kann Aber nur vielleicht Warte, ich glaube es klappt Dieser Level klappt nicht immer Aber Wow Genau Okay Beste Harte Oh my god Yep Get Ach so Okay Ah nein Diese Level Oh wow Er zauft Ja Ich weiß nicht Oh my god Dieses Level Sollte habe ich noch nie gesehen Aber Wir müssen wir retten Da war ich wieder Da war Da war ich wieder Wir haben mich selber gerettet Und ist das Ist das meine Familie Wie jetzt Moment mal Wieso ist Rebecca Nehmt Federico Das verstehe ich gerade gar nicht Was hat das zu bedeuten Neomori Backflips Hello guys The first fall down Level I've ever Had seen And happy wheels Have fun guys Oh yeah Woo Was muss ich tun Was muss ich tun Jamie sag's mir Jamie Was ist das Oh Das ist doch weh Okay Ich bin schon tot Okay nochmal Oh yeah Alles bestens Mir geht's gut Ein ganz normaler Tag Ah Wow Dieses Level ist hart Oh Das ist das Ende Federico Gib mir Power Und jetzt Nice Und nice So macht man das Oh yeah Beste Leute machen das so Ich lebe noch Alles bestens Ein ganz normaler Tag Mit mir Ein neues Impossible Level Oh yeah Jump Und Autsch Ich lebe noch Wenn ich sie sie Oh Oh my god Oh Yay Oh my god Okay Das war ein guter Sieg Ich bin trotzdem der Sieger Matrix Oh yeah Oh yeah Dieses Level ist ein Drogen Level Holy shit Hab ich mich erschreckt Olaf Halt die Schnauze Keine Ahnung was das für ein Level ist Was soll das sein Was für eine Sprache ist das One Direction Okay Alles wird gut Ja das ist wirklich traurig Das ähm Wie heißt er Ich hab ich hab das Video gesehen Und sie hat angefangen zu weinen Und ich so Okay Ich musste die ganze Zeit lachen Weil sie die ganze Zeit geweiht hat Sie konnte nicht mehr Ich hab das nicht verstanden Dieses Level ist einfach so verdammt langweilig Hier gibt's ja niemanden Ich wünschte ich könnte mal Ich wünschte es wäre oben zackig Da könnte man mit dem Arschloch drauf sitzen Das wäre schon ziemlich nice Oh yeah Oh Oh Diese Überwindung Oh nein Was Okay Dieses Level ist bad Oh yeah Wir haben's geschafft Was ist der Sinne Wieso gibt's hier Mülleimer Das ist Ende Das ist Ziel Dieses Level war easy Viel zu einfach Wieso hat das 5 Sterne Wo ist der Sinn Schon wieder ein Pogo Fight Wieso gibt's hier so viele Pogo Fights Ich bin gerade mit meinem Arschloch auf ihm gesessen Das war so nice Ein gutes Gefühl Wir haben uns vom Messer befreit Hey Jimmy Alles klar Schon wie Was hat es Wieso zum Teufel geht alles in meinen Arschloch heutzutage Ich verstehe es nicht Hey Evi Willst du auch etwas in meinen Arschloch stecken Vollkommen in Ordnung Mach das Komm her Evi Wenn das jetzt in meinen Arschloch geht Hab ich keine Ahnung Okay Das war unerwartet In letzter Zeit bin ich so heiser What the fuck ist das Wieso bin ich so heiser Bad Razzle Menschen werden nicht heiser Obwohl die sind eigentlich immer heiser Weil die immer so rumschreien Schon wieder in meinem Arschloch Jesus Mein Arschloch ist ziemlich Wird ziemlich verwöhnt heute Mein Arschloch wird gekitzelt Guck mal Ich brauch nicht mehr mein Gerät Ich kann auf meinem Arschloch stehen Ich kann Wer braucht ein Gerät Ich weiß es nicht Ich nicht Ah Das hat weh Rainbow Balance Ball Oh sowas hab ich noch nie gesehen Was ist das Welcome to the Rainbow Balance Wheel Ich kann ziemlich lange durchhalten Five seconds Oh Was ist das so schwer Zehn seconds Oh mein Gott Es wird schneller Links Rechts Oh nein Oh mein Gott Oh nein Nein Was Oh Nächste Ich will es besser machen Ich glaube ich muss ganz nach vorne fahren Ja Ganz nach vorne fahren Und je schneller es wird Desto schneller muss ich fahren Oh das wird so belles Ich freu mich schon so drauf Bin nur an einer Stelle Hallo wird es auch schneller Was passiert hier Das easy Wie sieht es aus Oh Ich hab jetzt schon meinen Rekord gebrochen Alles bestens Oh ja Oh ich bin so gut Links rechts Taktik Schaut euch das Oh yeah Das waren 10 Sekunden mehr als beim letzten Mal Ich bin ein Bad Ass King Polo Jump Ich liebe diese Level Oh oh Das war schlecht Komm schon müsste jump in the moon What the fuck ist das Oh ja Mein Arsch noch geil Ich liebe es Erliebt es Mach weiter Mach weiter Yeah Das war easy Can you escape Moment mal Schon wieder Au Oh nein Nicht so lange haben wir schon mal gespielt Au Ich schille Ich hänge ab Jetzt hänge ich ab Das halten Okay ich weiß wie das geht Man muss sich hier und jetzt Und jetzt hier Oh yeah Oh oh Pest halten Und jetzt loslassen Das ist easy Kill Olaf Oh ich seh nix Du seh nix Komm her Olaf Ich sag dir wer der Boss ist Oh yeah Oh das wird Schmerzen Oh yeah Ich liebe es Olaf zu töten Was ist das? Oh mein Gott So viele Olafs Oh ho 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 Nein Danny Bitte nicht Oh doch Oh yeah Das ist nice Ich liebe es Wow Olaf wollte schon im Einauto haben Ich glaube er hat seine Meinung gerade geändert I can't die Bist du dieses Das war episch Das war episch Und langsam werde ich heiser Sehr heiser Äh Spike Fall Oh yeah Ich liebe es Und jetzt Oh je nein Oh yeah Oh yeah Schaut euch das mal an Erster Versuch Wow 99 Okay Falsche Oh okay Ein Job für dich Mr. Jumpleman Zeig was du doof hast Ja Zeig deine Badass Ich kann ja Yeah Erster Versuch 99,999 Impossible Ich bin ein Genie Okay ich werde das Video freut Dass ihr mich entstehen lasst Das war eine Menge Spaß Wirklich cool level Letzte Zeit bin ich immer so heiser Ich schätze mal weil ich so viel aufnehme Oh ich muss mir Tee trinken Oder Also ich klicke persönlich den Badass Tee falls ihr ihn kennt Das hilft dir mal gegen heiser sein Oh vielen Dank fürs Zuhören Wenn es euch gefallen hat Dann zeigt wie Badass Ihr seid und liked dieses Video Schau auf meinem Kanal Vorbei mehr Videos zu sehen Die ich produziert habe Und abonniere jetzt Im nächsten Video wiedersehen Dann sage ich wie man noch 3 2 1 Schopaski Leute Mein Name ist Danny Willkommen back Zu einer neuen Folge von The Escapes Und heute habe ich die stolze Folge Ich war gerade im Gym Und bin sowas von aufgepumpt